Was ist ein Venenverschluss? Ein Venenverschluss tritt auf, wenn eine Vene im Körper verstopft, verstopft oder zu eng wird, um den Blutfluss zu erleichtern. Infolgedessen kann desoxygeniertes Blut nicht zum Herzen zurückkehren, um die normale Zirkulation aufrecht zu erhalten. Blut kann sich in einer Vene stauen und Schwellungen, Schmerzen und Funktionsstörungen in nahegelegenen Organen und Geweben verursachen. Die häufigste Stelle eines Venenverschlusses ist die Netzhaut des Auges, aber jede Vene im Körper kann möglicherweise betroffen sein. Die Behandlung hängt von der Lage und dem Schweregrad der Obstruktion ab. Zu den gebräuchlichsten Techniken gehört die Einnahme blutverdünnender Medikamente und chirurgischer Eingriffe. Viele verschiedene Faktoren können das Risiko einer Venenverengung erhöhen. Atherosklerose, eine Erkrankung, bei der sich Cholesterin in Blutgefäßen ansammelt und verhärtet, ist ein Hauptrisikofaktor. Menschen, die an Diabetes, hohem Blutdruck, schlechten Diäten und sitzender Lebensweise leiden, sind im Allgemeinen anfälliger für Atherosklerose und Verschlüsse in Arterien und Venen. Das Glaukom erhöht das Risiko eines retinalen Venenverschlusses erheblich. Darüber hinaus sind einige Menschen genetisch für Blutgerinnungsstörungen und Durchblutungsstörungen prädisponiert. Wenn ein Blutgerinnsel oder ein anderes Hindernis eine Vene blockiert, beginnt das Blut rückwärts zu zirkulieren. Es zieht Gewebe und Organe wieder ein, was zu einer Reihe von Symptomen führen kann. Ein Venenverschluss im Knöchel kann zum Beispiel dazu führen, dass das Gelenk schnell anschwillt, zart wird und blau wird. Ein retinaler Venenverschluss kann verschwommenes oder verzerrtes Sehen verursachen, das sich im Laufe von mehreren Stunden oder Tagen verschlechtert. Es ist wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn ungewöhnliche Symptome auftreten, damit die richtigen Tests durchgeführt werden können. Ein Arzt kann in der Regel einen Venenverschluss erkennen, indem er die Symptome bewertet und ein spezielles Rentenverfahren durchführt. Ein fluoreszierender Farbstoff wird in eine Vene im Arm injiziert und kann in den Kreislauf gelangen. Rentenstrahlen werden aufgenommen, um den Weg des Farbstoffs zur Stelle eines vermuteten Verschlusses zu verfolgen. Wenn der Farbstoff nicht schnell durch die Stelle fließt oder ihren Verlauf ändert, kann eine sichere Diagnose gestellt werden. Anticoagulantien wie Waffarin und Heparin können intravenös verabreicht werden, um Blutgerinnsel in Venen aufzubrechen. Wenn Cholesterin für die Symptome verantwortlich ist, können Medikamente zur Senkung des Blutdrucks und zur Erweiterung der Venen verschrieben werden. In schweren Fällen kann eine Operation erforderlich sein, um eine Vene zu entfernen oder zu reparieren. Ein Stand kann dauerhaft in einem Blutgefäß fixiert sein, um das Öffnen zu erleichtern. Netzhautverschlüsse werden üblicherweise mit Lasertherapie behandelt, um geschädigte Venen zu zerstören.